Was ist Thomas Krüger, Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung und damit eines der wichtigsten Akteure der politischen Bildung, der eben mitdiskutiert hat auf dem Podium Kommunismus-Erinnerungen als Thema der politischen Bildung. Herr Krüger, vielleicht gleich bei diesem Begriff stehenbleibend, weil Sie ihn in Ihren Redebeiträgen gerade aufgegriffen und, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch etwas kritisiert haben. Was ist Ihrer Meinung nach das Problem an dem Begriff der Kommunismus-Erinnerung? Also Kommunismus ist natürlich stark konnotiert, negativ, und zwar aus den geschichtlichen Erfahrungen heraus. Und deshalb ist Kommunismus-Erinnerung relativ stark konnotiert und widerspricht ein bisschen den Prinzipien der politischen Bildung, sozusagen plurale Zugänge zu Geschichtsreflexionen zu eröffnen und zu ermöglichen. Man muss ja generell sagen, dass, wenn man von Alida Assmanns Begriff des Funktionsgedächtnisses hergeht, dass es sozusagen eine nur unzureichende Unterscheidung zwischen geschichtspolitischer Aufarbeitung und politisch-historischer Bildung gibt. Aber man kann das vielleicht festmachen an den beiden unterschiedlichen Aufgaben, die beide Teile haben. Die Aufarbeitung hat natürlich eher die Perspektive, Unrecht zu benennen, Unrecht aufzuarbeiten, verfolgte Menschen, geknechtete Menschen wieder in ihr Recht und in ein vernünftiges Bild zu setzen, währenddessen die politische Bildung schon auch von gegenwärtigen Herausforderungen ausgehend, Fragestellungen der Geschichte mit ihrem Bezug auf die Gegenwart diskutieren muss und dabei immer das Prinzip eigener Urteilsbildung in den Mittelpunkt rücken kann. Das ist natürlich nur möglich, wenn es unterschiedliche Perspektiven gibt. Insofern würde ich für diesen Begriff Kommunismus-Erinnerung eher demokratische Erinnerungskultur sagen, weil auf diese Art und Weise die Multiperspektivität besser eingefangen ist. Und wir haben ja eine breite politische Bildung innerhalb, außerhalb der Schule, auch im informellen Lernbereich. Von daher bietet es sich an, nicht von vornherein sozusagen der Geschichte einen Stempel aufzudrücken, weil sonst ist man sehr schnell bei Agitation und Propaganda. Ist es sozusagen auch für Ihren Geschmack eine zu enge Verquickung von Geschichtspolitik und politischer Bildung? Na, ich würde mal so sagen, Geschichtspolitik und politische Bildung sind zwei Paar Schuhe. Geschichtspolitik ist durchaus auch legitim, also Aufarbeitung von Unrecht ist natürlich legitim, aber es ist nicht der ausschließliche Fokus, den zum Beispiel politische Bildung in ihren Methoden- und Aufgabenrepertoire hat. Von daher ergänzen sich beide, beide kumulativ machen Sinn, aber wenn man einen Begriff für die Arbeit beider Sektoren festlegt, dann beschränkt man sozusagen die eine Disziplin ungerechtigfertigterweise. Sie sprachen gerade davon, von aktuellen Herausforderungen, aktuellen Fragestellungen auszugehen und da die Geschichte zu beleuchten, was sie uns sagen kann. Wie sieht das in der konkreten Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung aus, mit Bezug auf Kommunismus im 20. Jahrhundert? Also wir rollen da ein relativ breites Repertoire aus. Es gibt sozusagen zeitgeschichtliche Einordnungen, es erscheinen Schriftenreihebände, es wird eine Extraausgabe der Beilager aus Politik und Zeitgeschichte im Parlament geben. Es gibt ein eigenes Online-Dossier, was ab März an den Start geht, aber es gibt auch andere Zugänge. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben seit zweieinhalb Jahren mit der Deutschen Kinemathek und dem Surkamp Verlag ein Projekt entwickelt, unter der Überschrift Der neue Mensch. Und uns die Frage gestellt, wie wir eigentlich ausgehen von diesem Narrativ der russischen Revolution, der sozusagen als Reaktion auf die geknechteten Menschen, um Marx zu zitieren, gesagt hat, wir müssen dagegen einen neuen Menschen versuchen als Leitbild zu entwickeln. Und das hatte Wirkungsgeschichte. Es ist zwar dann durch die stalinistische Gewaltherrschaft untergepflügt und, wenn man so will, synchronisiert worden, aber in der Anfangsphase der Sowjetunion spielt dieser Begriff des neuen Menschen eine sehr starke Rolle. Und er kommt an anderen Orten, in Israel zum Beispiel, aber heute auch in der biopolitischen Debatte als optimierter Mensch und so weiter, in ökonomischen Zusammenhängen plötzlich wieder. Man merkt also, dass da ein Narrativ ist, was unterschiedliche Komponenten betrifft, als Desiderat noch uneingelöst, noch nicht zu Ende debattiert ist. Und unser Ziel war es, mit diesem DVD-Programm, was wir dort als Archiven des GOS-Films zusammengestellt haben, alte Filme der frühen Zeit der Sowjetunion editieren und auch einen audiovisuellen Zugang zu dem, was eigentlich dieses Narrativ der neue Mensch meint, versuchen zu schaffen. Und ich glaube, dass das eine Menge an Diskussionen auslösen wird und die Ambivalenz dieses gesamten Kontextes versucht, kenntlich zu machen und zu markieren. Und heute wissen Sie selber, kann man eben nicht nur mit gedruckten Büchern auf das Volk losgehen. Manche Leute lesen nicht mehr, manche Leute gucken nicht mal mehr Fernsehen. Und insofern ist gerade neuer Zugang auf Audiovisualität setzt hier wichtig. In dem Zusammenhang sprachen Sie von einer Neuerfindung der politischen Bildung, die quasi Not wäre. Wie ist das zu verstehen? Da habe ich mich vor allem bezogen auf den zielgruppenspezifischen Ansatz. Wir wissen in der politischen Bildung, dass wir nicht mehr mit pauschalen Formaten zum Erfolg kommen, sondern wir müssen uns genau angucken, wen wollen wir erreichen, was hat die Zielgruppe für Alltagserfahrungen, wie sieht ihre Lebenswelt aus und welche Formate haben überhaupt eine Chance, rezipiert zu werden in dem Kontext. Und wir beschäftigen uns seit einigen Jahren sehr intensiv mit bildungsbenachteiligten Menschen, gerade auch jungen Menschen. Und von denen wissen wir eben, dass sie weder Tageszeitung noch irgendwelche Schriften lesen, sondern sie sind sehr stark in audiovisuellen Rezeptionsbereichen unterwegs. Das spielt Fernsehen eine Rolle, weshalb wir eben mit RTL 2 zum Beispiel kooperieren, nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen, weil deren Durchschnittsalter liegt deutlich über 60. Aber das, was die Zielgruppe rezipiert und welche Medienkanäle sie nutzt, darauf muss man eingehen. Ein zweites Beispiel sind Social Media. Natürlich wird Webvideo geguckt in den entsprechenden Zielgruppen. Und da gibt es entsprechende Multiplikatoren, die so einen Glaubwürdigkeitsvorsprung haben. Und wir versuchen halt mit diesen Multiplikatoren zusammenzuarbeiten und eine Einflugschneise, eine niedrigschwellige Einflugschneise für politische Bildung, auch für bildungsbenachteiligte Zielgruppen zu erreichen. Und das gehört zu unserer Profession, darüber nachzudenken, dass wir nicht nur für die politische Bildung machen, die schon politisch gebildet sind oder interessiert sind, sondern auch für die, die abgehängt sind, die ausgeschlossen sind von bestimmten Diskussionsprozessen. Haben Sie mit diesen Formaten schon auch Erfahrungen mit dem Thema Kommunismus oder sind das andere Themen, die auf diesen Kanälen transportiert werden? Also wir haben bisher Erfahrungen, aber mit dem Thema Kommunismus sind wir gerade am Start. Und da entwickeln wir derzeit etwas. Das braucht noch seine Zeit. Wir haben aber mit der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und mit dem Salafismus zwei wirklich große Formate entwickelt, wo wir relativ viel Feedback hatten. Hunderttausende, im Fall des Rechtsextremismus sogar Millionen von Seiten abrufen und Kommentaren und Diskussionen, auch kontroversen Diskussionen. Eigentlich kann man sagen, da hat sich politische Bildung neu erfunden. Da ist sie wieder virulent. Da werden plötzlich, wird die Bundeszentrale nicht nur identifiziert mit den schwarzen Heften, den legendären, mit denen wir alle groß geworden sind, sondern wird eben auch mit neuen, modernen, audiovisuellen Formaten identifiziert. Das finde ich ganz gut. Wunderbar. Auch gut zu hören, dass dort noch etwas im Entstehen ist zum Thema Kommunismus. Dabei viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.